Walli! Hallo! Ja, gut sein ist die Walli aus der Boutique Ulla Lamonten. Jetzt sieht man dich auch. In der Klappachstraße 576 in Köln-Rollweide. Heute stellen wir euch neben diesen Super-Zwecki, dass sie wirklich klasse aussieht. Wir sollen es hier durchforken und Löchern. Und jetzt gibt es auch ein Angebot für 24,50 statt 29 Euro. Stellen wir euch jetzt Hosen vor. Du hast neue Ware bekommen. Ich hoffe, ihr ist auch neu dazugekommen. Ja, wir stellen euch jetzt erstmal die Chins vor. Ihr habt ja auch eine Super-Stretch-Chins. Das ist auch jetzt noch ein Einzelstück, weil die ging so aus den Händen weg sozusagen. Die Chins kostet 29 Euro, die kostet 44. Ist eine Massage-Chins. Wir wollen die durchbrochen, mit kleinen Stahlsteinchen. Da haben wir doch einen Super-Sitz. Und hinten ist sie so gearbeitet. Ja, cool. Dann noch eine Chins. Das ist auch super toll gearbeitet. Deutiger Reiner. Hier noch ein Strass-Steinchen. Das gibt es auch im Angebot für 49 Euro. Ja. Sieht auch gut. Von 69 Euro. Sieht auch super gut. Mhm. Oder einfach mal eine klassische Chins. Ja, aber und sie auch. Und unterhalb dann wieder etwas mit mehrerer Vanessa gearbeitet. Durch die Stahlsteinchen. Ist auch eine Massage-Chins. Und die kommt jetzt auch 24-50. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Diese Chins ist eine 7-8-Chins. Hier unterhalb mit Stahlsteinchen. Und auch an der Seite mit kleinen Schmetterling, wie ihr seht. Ist auch eine Stretch-Chins. Hat auch einen super Sitz. Ist auch nicht so lange gearbeitet. Ist mal so eine mittlere Länge. Und die gibt es auch von klein bis 16-10. Dann auch für 24-50. Das hier ist jetzt die klassische. Auch eine tolle Chins. Ähm. Ja. Diese Chins-Chins geht an. In Größe 44 bis Größe 52. Kommt 24-50. Ist auch mit Elastan. Und Elastan hat, wie wir alle wissen, ganz tollen Equemen. Wir haben auch noch ein Angebot für 19,90. Unterhalb etwas enger geschnitten. Ja. Die vorne mit Knöpfchen. Das Größe M. Und hinten nochmal zwei Taschen. Wird mal ein bisschen lauter. Du bist so leise. Finde ich das? Ja. Ja. Dann haben wir eine Jeans im Pythage-Stil. Die ist jetzt reduziert von 39 auf 19,90. Ist auch noch von klein bis groß. Mhm. Auch mit Elastan. Ist auch eine ganz tolle Chaos-Star-Gind. Also eine gute Markenware. Hier vorne noch mit Knöpfchen gearbeitet zu schließen. Zwei Taschen. Und wie gesagt nochmals mit Elastan. Ja. Dann haben wir hier noch ein Einzelstück. Für 9 Euro. Die Tukinze Sheens. Die Klassiker. Ist eine Kurzgröße. Und das entspricht eine gute 38,40 Größe. Ist ja auch was. Rappeniert das mal was anderes. Hat auch nicht jeder. Hier haben wir jetzt mal eine kurze Hose. Die Shorts. Die kommt von 29 Euro. Ist auch eine gute Markenware. Mit Gürteln. Mit Gürteln. Und auch ein super Sitz. Ist ein bisschen Trinkeloptik, wie ihr seht. Also hat ein bisschen deinen eigenen Charakter. Oder sexy Hexy. Ja cool. Diese tolle kurze Hose. Ist jetzt ein super Angebot. Ist auch nur ein Einzelstück. Die ist jetzt Größe 40. Und kommt nur 5 Euro. Also für 5 Euro. Für den Urlaub oder im Garten. Optimale Hose. Genau. Dann haben wir eine Leinenhose. Die ist jetzt auch reduziert auf 29 Euro. Ist eine gute Endgröße. Ist auch etwas kürzer geschnitten. Wie ihr seht. Sieht auch perfekt. Und ist eine super tolle Leinenhose. Wie auch diese Hose hier. Die ist jetzt 39 Euro. Von 59. Ist auch eine gute Machenhose. Auch eine Leinenhose. Sehr hochwertige Qualität. Ist auch eine Größe M. Also S bis M. Und sitzt auch perfekt. Was für den Sommer sind das optimale Verhalten. Also wirklich toll. Hier ist eine Hose mit einer Schärfe. Diese Hose hat Umitzung. Rundherum. Die kann man auch gut tragen. Von Größe S bis M. Und die kommt 39 Euro. Ja cool. Ist aber auch ein ganz toller hochwertiger Stoff. Muss man auch dazu sagen. Dann haben wir auch diese hier. Ist auch eine Leinenhose. Die ist auch rundum. Wie ihr seht. Ist von 39 auf 29. Ist auch ein Einzelstück. Soll ich jetzt mal viele Einzelstücke. Wir haben sehr viele Einzelstücke hier. Diese Hose kommt 39 auch. Und ist jetzt auf 29 reduziert. Schaut mal hier unten. Ist auch wieder mehr kurze Länge. Sieht auch super schön aus. Ein bisschen pumpig gearbeitet. Kann man aber heute 7,8 Hose tragen. Weil die kann man gut in Größe M tragen. Und kommt jetzt 29 Euro. Dann haben wir diese Leinenhose. Die ist von 49 reduziert. Sieht auch klasse aus. Leinen ist ja immer sehr aktuell. Und auch immer sehr angenehm im Sommer zu tragen. Weil Leinen kühlt ja. Ja. Also man schwitzt nicht drinnen. Die kommt statt 49 Euro. Kommt die jetzt 29 Euro. Ja. Cool. Hier haben wir mal eine ganz einfache Stresshose. Die ist eine Größe S. Und die ist von 29 auf 19 Euro. Ja. Das ist auch eine ganz tolle Hose. Die ist ja geil. Succaro Stil. So ein ganz leicht angedeutet. Wie ihr seht. Ja. Satin der Stoff. Also ist auch ein ganz toller Stoff ist das. Ist auch immer super der Blickfang sag ich immer. Weil Satin sieht ja immer super stark aus. Das ist auch eine gute M Größe. Entspricht von 49 Euro auf 29 Euro. Hier haben wir eine Legings. Mhm. Auch ganz toll gearbeitet. Genau. Auch immer hier mit der Blume drauf. Mit der Straß. Also die ist sehr aufwendig gearbeitet. Hat auch einen perfekten Sitz. Ist stretchy. Von unten bis oben. Auch die Oberhalb. Die ist auch jetzt von 29 auf 19 Euro. Und die kann man gut haben das Größe 1. Ja. Klasse. Ja. Hier haben wir so kleinere Hosen. Das sind so unsere Capric Hint. Nicht Capric Hint. Unsere Capri-Stretch Hosen. Capri-Stretch Hosen. Capri-Stretch Hosen. Das ist noch. Deutlich Sprache. Schwere Sprache. Also jedenfalls diese Hose ist von 18 Euro. Quatsch. Von 19,90 auf 9,90 Euro reduziert. Na cool. Also die kann man gut tragen bis Größe 1. Mhm. Gibt es auch nochmal die Turquise. Auch für 9,90 Euro. Den gibt es auch wieder so Einzelstücke. Kann man auch gut tragen. Die kann man jetzt gut tragen bis Größe 1. Ja. Dann haben wir eine ganz tolle fließende Hose. Auch nochmal. Sieht auch super toll aus. Ist auch eine sehr gute Markenware. Ist mit Reißverschluss und mit Gürteln. Ist von 49 auf 29 reduziert. Kann man aber auch gut tragen. Ja Größe S. Und wir haben noch Hosen vergessen. Fällt mir gerade so auf. Ja. Und dann haben wir auch die Hose nochmal. Die kann man auch von Größe S bis Größe M tragen. Ja. Ist auch mit einem Gürtel. Bindgürtel wie ihr seht. Ganz süß gearbeitet. Ist auch von 49 auf 29 Euro. Was haben wir vergessen? Wir haben noch Hosen vergessen. Ja. Ich will die schon mal vornehmen. Das kann passieren. Wir haben so viele neue Sachen bekommen. Da kann man natürlich auch wieder einiges vergessen. Die tollen Klassenhosen. Ja eben. Sofort. Ja. Denn das ist auch eine Leckniz. Das ist auch ein einzig Stück. Ja. Die Leggings ist auch von 24,50. Ist die nicht cool? Die ist von 24,50 auf nur 10 Euro reduziert. Absolute Hammer. Ja. Oder auch diese Leggings hier. Die sieht auch ganz klasse aus. Muss man mal selber nochmal reingucken. Die ist auch reduziert von 29 auf 19,90 Euro. Blickfang der Totenköpfe. Ja. Ist auch eine ganz tolle Qualität. Eine gute Markenware. Das ist toll. Dann haben wir auch diese Leggings. Dann haben wir auch diese Leggings. Also die Leggingsseite kann man auch ganz gut tragen. Bis Größe ML. Muss ich auch dazu sagen. Auch die Leggings kann man auch ganz gut tragen. Bis Größe ML. Und die ist auch in 24,50 auf 15 Euro reduziert. Dann haben wir auch hier. An der Seite ist sie nochmal wieder sehr. Eine ganz weiche Spitze. Ja. Ist sehr hautangenehm. Und hinten so. Dann haben wir auch diese Leggings hier. Die ist auch ganz toll. Die ist auch von 24,50 auf 19,90. Ich hab mir hier eine Seite an. Die gibt es für den Totenkopf. Ja. Cool. Dasselbe wiederholt sich auch nochmal hier. Ja. Und die kann man auch bis gut 11 tragen. Die kann man so gut von Größe S bis ca. 11 tragen. Dann haben wir diese Hose hier. Ja. Geil. Samt, ne? Die ist auch ganz toll. Die ist von 29,90 auf 19,90. Sieht auch ganz klasse aus. Ja. Kann man ein rotes Teil auch ziehen. Sieht auch immer toll aus. Ja. So ein bisschen Schwertchen. Die kann man auch ganz gut bis Größe L tragen. Ja. Cool. Ja. Hier haben wir die Einzelsachen von Metjenne. Mhm. Die Größe S. Diese graue Hose ist jetzt reduziert. Weil es ist jetzt im Herbst grau noch. Das ist jetzt reduziert von 39 auf 29 Euro. Und die ist größer erst wie gesagt. Das ist eine super Schwertchhose von oben bis unten. Also wenn ihr die anhabt. Die fühlt euch wohl. Mhm. Die zwickt nicht. Die drückt nicht. Man kann auch mal ein bisschen mehr essen. Die Hose geht mit. Also es ist einfach eine klasse Hose. Also die ist sehr beliebt. Die verkaufe ich dir auch schon gut. Wie lange bin ich hier? 16, 17 Jahre. Ja. Nimmst du auch wieder rein? Die kommt auch jetzt wieder rein. Ist auch wieder reingekommen. Ich zeige dir das gleich nicht an. Ja. Dann habe ich hier nochmal eine Größe M. Die ist jetzt auch von 39 auf 29 runter. Also ihr seht jetzt eine super bequeme Hose. Jetzt gibt es auch nochmal einen hellen Larenrot. Der ist auch eine Größe M. Also wie gesagt, es sind jetzt Einzelstücke. Ist auch von 39 auf 29 runtergesetzt. Heute reingekommen ist diese Hose für 39. Mhm. Bis Größe 44 ist sie da. 44, 46, 48, 50. Cool. Also von Größe 1 bis Größe 4. Das geht dann gut von Größe. Also man kann es auch von Größe S bis Größe 50. Alle sind in den Weißhäute nicht reingekommen. Aber die sind wieder auf dem Weg. Ich schätze, im Laufe der Woche kommt der Rest. Weil die hat ein bisschen lieber Schwarzgarten. Aber die Hose ist jetzt eine 7,8 Lone. Das heißt, wenn eine Frau etwas klein ist, so in meiner Größe so ungefähr, ist das eine lange Hose. Ja. Ist die Frau etwas größer, so 1,70 Meter hat sich die Hose viel länger als Sommerhose. Man kann die aber auch umschlagen. Ja. Also die ist wirklich eine perfekte Hose, die man immer wieder umgestalten kann. Und das ist von neuem Bereich. Diese Mädchen werden wir dann auch heute in Schwarz bekommen. Die ist jetzt da, von Größe S bis Größe, also man kann ja von Größe 36 bis Größe 50, 52 ist die da. Ja, cool. Ja, also ist auch für 9,30 Euro. Und die sind mega bequem, Leute, wirklich. Mega bequem, also das sind die besten Hosen bei uns. Ja, ist so. Ja, dann haben wir die Jockhose. Die sind jetzt auch reduziert, von 29 auf 19 Euro. Sieht auch stark aus. Ja. Sie kann sich oben selber bestellen. Aber wie ich schon sehe, fällt die auch ganz gut aus. Sie können immer getragen von L bis XL. Dann haben wir auch hier noch mal eine Hose, auch nicht Jockhose für 24 Stunden. Also diese können wir immer von klein bis kurz tragen. Das kann man sich ja ohne weiteres entziehen. Die hat ja in der Seite auch mal Taschen. Also ist eine richtig super bequeme Hose. Die ist im Sommer noch die Übergangszeit. Auch diese hier ist für 24,50. Also die sind einfach klasse die Hosen. Mhm. Ja. Die ist 19 Euro. Sorry, die ist für 19 Euro. Ist auch ein einziges Stück. Die ist 19. Die ist etwas leichter. Der hält den Preis. Ja, die ist wieder etwas fester. Die kommt auch 24,50. Sieht auch ganz toll aus mit den gelben Blumen. Gelb ist ja dieses Jahr die Farbe des Sommers. Echt? Ja. Ja, die ist ja das Gelb. Also sehr viel Gelb vertreten. Und auch mit dem Blauen und so sieht die ganz toll aus. Mit dem Unital drauf. Oder was mit dem Mittelmaus ein bisschen drauf. Oder auch diese hier, die ist von der Style hier. Das geht auch für 24,50. Der Stoff ist so ein bisschen griffiger. Ja. Ja, das macht sich auch ganz toll. Auch ganz interessante Farben finde ich. Also richtig mit Korallen und alles. Also wird so richtig im Sommer ausgeschreit. Dann haben wir nochmal mit Comicfiguren. Mhm. Auch ganz klasse gearbeitet. Auch für 24,50. Die ist auch jetzt eine gute Markenbaure. Comic-Style. Die sind richtig klasse. Auch diese hier. Wie ihr seht, Hosen haben wir dieses Jahr sehr viele in Auswahl. Auch mal alles so ein bisschen mal kreuz und quer. Ja. Das ist jetzt auch von 24,50. Ja, die kann man gut mit XXL, XXL machen. Also wir haben von kleinen, große Geräte. Also für jedermann ist die, für jede Frau ist nicht mal was dabei. Auch das ist auch eine ganz interessante Farbe, finde ich. Ist nicht gleich pink, sondern in diesen leeren Farben drinnen. Finde ich auch sehr interessant. Ja, ist auch. Das sieht gut mit rosa. Macht das, gibt es auch immer noch so einen Fett. Ja. Diese Räume habe ich dann auch nochmal da für euch. Die Farbturm auch von 24,50. Ja, cool. Das sind einfach klasse Rosen, klasse Farben. Einfach mal was anderes. So vom Farbsteen hier. Das ist mal ein bisschen knalliger. Das ist auch die hier. Kann man unten umschlagen, wie ihr seht. Ja, geil. Einfach lang und kürzer tragen. Das ist immer das bequem an den Hosen. Die sind auch richtig rund und bequem. Man fühlt sich wohl. Also man sieht auch immer toll mit außen. Schickes langes Teil drüber. Sieht immer klasse aus. In der Richtung. Wie ihr seht. Auch ganz interessante Farbe. Von schwarz-grau und blau. Ein bisschen Frost rein. Das macht die auch ganz toll. Dann haben wir hier noch eine Arno-Boot. Eine Hose. Für 19,90. Sieht von 19,90 runter. Wildcat-Look. Sieht auch immer ganz interessant aus. Die hat so kleine Totenköpfe so drin. Ein bisschen fantasievoll gearbeitet. Das ist auch 24,50. Dann haben wir auch einen gräulichen Ton. Braun, Turquise und Gelb. Das ist ja auch noch mal. Auch die 24,50. Dann haben wir auch eine gute Markenrote. Die ist jetzt auch reduziert von 49,50 Euro auf 15 Euro. Die ist jetzt auch reduziert von 49,50 Euro auf 15 Euro. Sieht auch ganz klasse aus. Vorne gewirkt. Und die Seite mit dem Streifen. Und hinten dann so. Cool. Das ist auch ganz cool. Sieht auch ganz gut aus. Ja. Dann haben wir... Die ist ja auch nice, ja. Die ist auch ganz toll. Auch interessant von den Farben. Das gibt es auch für 24,50 Euro. Und hier machen wir schon mit dem Schluss. Da haben wir dann noch mal diese Jeans-Optikose für 15 Euro. Cool, ja. Das ist auch eine ganz coole Hose. Ja, also wie ihr seht. Wo sind Auswahl das da? Mhm. Den Damenbereich. Den haben wir ja sowieso. Und Herren auch. Aber wir haben euch jetzt direkt noch speziell mal den Damenbereich gezeigt. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben super Angebote, wie ihr gesehen habt. Wenn euch was gefallen hat, ich freue mich auf euch. Kommt einfach mal vorbei. Holt euch euer Schnäppchen. Denn wir haben hier in diesem Geschäft sehr stark reduziert. Auch schon die ganz neue Ware ist sehr stark reduziert. Viele Sachen bis zu 50 Prozent. Also es ist wirklich eine wahre Leistung. Auch im Herrenbereich gehen wir vereinzelt denn noch mal dazu. Also es ist absoluter Hammer. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Kommt einfach mal rein. Stöbert einfach mal ein bisschen. Macht euch einfach mal einen schönen Tag hier bei Olala-Moden. Dann freue ich mich auch auf euch. Ich sage einfach mal, wir sehen uns. Bis denne. Tschaui. Tschaui. Ah. Zum Z.